ja und hier geht es gleich wieder zur sache da kommen sie raus die drei wilden der vierte liegt da hinten und schon geht das kämpfen los na na was ist denn jetzt spielen wir mit den bällen und was machst du da hinten ja ab ins bällebad ja prima und den ball im mund ja prima ja noch mal in den mund genau und raus mit dem fuß ja ja prima wo ist der ball wo ist der ball ja und wo das schmeckt auch ja wo sind die bälle wo sind die bälle finja und hier fargo beim wassertrinken mit fariba und da kommt fargo an fido guck hoch ja prima fariba hi finja hi fargo ja klasse prima macht ihr das prima ja da spielen wir mit dem ball ab in die kiste und du willst raus so schwer ist das leben so schwer und fargo ist ganz ruhig nur finja ja 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 finja und da kommt der wilde fido der kleine rübel ja was ist fariba prima das war ein kleiner eindruck beim kleinen sonntag nachmittaglichen spielen im spielzimmer der fürstenkronenwelmen